hallo und herzlich willkommen alle freunde des schnitzens ja was wäre das schnitzeln ohne eine gute bandsäge dafür soll das video hier dienen ich zeige mal meine bandsäge die ich nun schon während der letzten zwei jahre für vieles verwendet habe was ich hier so mache kann man ja in meinen videos sehen vieles habe ich mit dieser bandsäge bereits gemacht die hat sehr gute dienste geleistet das kann ich schon mal vorweg sagen zur einschätzung und stand heute ist diese maschine ganze 43 jahre alt also so eine alte maschine auch eine gebrauchte kann gute dienste leisten die sind ja im grunde genommen unverwüstlich wie auch das video generell so diesen thema ein bisschen transportieren soll und es soll vielleicht auch helfen eine entscheidung zu treffen und eine gebrauchte eine größere oder welche maschine soll es genau sein das muss letztendlich selber entscheiden aber es kann ein wenig helfen auf dem weg zur eigenen bandsäge und dazu möchte ich auch ermutigen ich habe einige schnitzer kennengelernt und in meinem schnitz leben und das waren dann auch zum teil kollegen die keine maschinen zu hause hatten dafür dann manchmal zu einem tischler gegangen sind haben sich da ein gemietet oder bei befreundeten kollegen dann was gearbeitet aber das was sie in der regel immer zu hause hatten war eine bandsäge und bei vielen war es eine bandsäge genau in dieser größe die ich hier im video auch vorsteller ja also das ist eine sehr kompatible maschine ist keine richtige kleinen bandsäge mehr aber dennoch aus meiner sicht würde ich sagen einfach mal kleine bandsäge und der titel dieses videos ist ja auch bandsäge klein also das ist keine riesen maschine man kann damit jetzt nicht wer weiß was vollbringen aber für schnitzen da soll es ja auch manchmal genau und klein sein und da ist sowas doch auch recht gut und kann wirklich weiterhelfen ich plädiere ja auch dafür ein bisschen zu sparen und deshalb zeige ich dir mal eine gebrauchte maschine wenn du aber sagst du willst sowas in neu kaufen was ich sehr gut nachvollziehen kann ja und vielleicht auch gerne garantie hättest oder jemand der dich da betreut vom haus dieser firma für die du dich entscheiden wirst dann guck dir mal das video von heiko rech an oder besser gesagt die videos von heiko rech also heiko rech ist tischlermeister und alles was er so raus gibt kann man eigentlich immer uneingeschränkt empfehlen ich habe da auch einiges gelernt ich bin ja nun auch kein gelernter tischler und er macht das richtig gut und gibt immer gute tipps hat auch video kurse gibt eigene kurse im saarland also kurswerkstatt saar wen das interessiert kann da vielleicht auch mal was buchen mache ich jetzt werbung für ihn aber falls sie das sehen sollten herr rech auch herzliche grüße an dieser stelle ich würde sagen wirklich alles was der heiko so raus gibt das ist wirklich top und er hat eben einige videos zur bandsäge gemacht er ist tischlermeister also da gerne mal vorbeischauen wer vielleicht eine neue säge kaufen will das kann sicherlich weiterhelfen wer vielleicht auch eine größere säge noch haben will und ich werde aber noch ein video machen zu einer richtig großen säge was man auch im video kurz sehen wird wie groß die ist größe wie ich so ungefähr zwei meter 60 oder noch paar zentimeter größe und das ist also ein richtiges ungetüm ja und dazu werde später aber noch ein video machen in der neuen werkstatt da bin ich jetzt so langsam angekommen und deshalb gibt es auch gerade so kaum videos weil ich nicht dazu komme sondern ja dort mich erst mal rein fitzen muss so die küche privat aufbauen und solche sachen mich gerade daran hindern hier weiter zu produzieren videos weil das ja auch nebenbei geschieht und ich mache natürlich auch noch meine aufträge weiter und das hat jetzt erstmal priorität her dass ich all diese dinge unter einen hut bekomme und deshalb fällt youtube so ein bisschen hinten runter also entschuldigung aber ich glaube man kann trotzdem jetzt hier von diesem video auch wieder profitieren und da wünsche ich jetzt allen viel spaß beim zuschauen ich stehe jetzt hier bei meiner bandsäge und möchte gerne mal ein paar worte dazu sagen vielleicht will sich ja der ein oder andere eine bandsäge zulegen dieses gerät ist ja recht hoch frequentiert für diese ganzen schnitz arbeiten also ich nehme die bandsäge sehr sehr gerne und ich möchte darauf nicht verzichten ich habe aber auch von vielen leuten gehört dass ich so bedenken habe mit einer bandsäge zu arbeiten auch mit jüngeren leuten hier waren für schnitz kurse und so die sich da ängstlich geäußert haben gesagt ja die bänder können brechen und da kann ich mir irgendwie verletzen und da können irgendwelche dinge passieren die vielleicht unvorhergesehen sind und der ganze dreck und staub und die maschine überhaupt einzustellen also man baut sich da vielleicht auch wie so ein zu viele gefahren auf die mich wirklich in der praxis sich belegen lassen denn wenn ich die bandsäge einmal vernünftig eingestellt habe dann habe ich erstens erfahrung gesammelt dass ich weiß wie das ganze funktioniert und das ist auch wichtig dass sie vor allem gut eingestellt ist ja und wenn die maschine mal grundsolide ist ja dann habe ich eben auch eine maschine die mir entgegenkommt durch das gewicht das immer schön stehen bleibt und diese bandsägen hier die laufen ja auch nicht so schnell also wir reden hier noch von einer kleineren bandsäge das ist keine richtige kleinbandsäge weil diese kleinen bandsägen zeichnen sich dadurch aus dass die bandlänge unter zwei meter ist also wenn jetzt so baumarktgeräte mit 250er rollendurchmesser oder so was oder vielleicht bis 350er rollendurchmesser je nachdem wie viel abstand man hier hat das eben immer noch zwei meter unterschritten werden hier sind wir schon bei fast drei meter bandlänge wir haben hier entsprechend 40er rollen ich kann es ganz selber kurz aufmachen dass man auch mal hier rein gucken kann also hier schöne alte bandsäge baujahr 1979 made in bulgaria steht da drauf und das ganze ist aus dem werk für holzbearbeitungsmaschinen aus koinare das war wahrscheinlich unsere zusammenarbeit mit dem deutschen teil im ostblock ddr und so auf jeden fall grundsolide die maschine ist schön schwer übertragen und kilo wir haben sie gerade so rein bekommen warum habe ich die letztendlich genommen der rollendurchmesser von 40 cm ist ja jetzt doch nicht allzu groß ja also ich hätte abstand da hat man ja gerne nie genug ja und auch hier will man gerne viel abstand haben wenn man meine bodenhochkant auftrennen aber jetzt geht es ja los ja was ist jetzt mein anwendungsfall also will ich bodenhochkant auftrennen eher nicht ja ich will auch kein furnier sägen ich will jetzt nicht unbedingt tischler arbeiten machen das ist nicht das was ich anvisiere natürlich ist es schön hier mehr platz zu haben klar wenn man das hat zu hause den platz auch ein bisschen mehr geld zur verfügung stark strom kann man sich eine größere bandsäge zu legen ich habe hier zu der 40er bandsäge gegriffen denn ich wollte die noch alleine transportieren ich habe das recht spontan entschieden die andere mit diesen drei rollen die man ja vielleicht noch aus meinen früheren videos kennt die hatte eben hier oben eine rolle hier unten eine rolle und hinten eine rolle dadurch wurde der abstand hier recht groß aber die war aus aluminium druck groß und die habe ich auch über zehn jahre glaube ich wirklich benutzt ja also doch sehr lange und die habe ich an jemand verkaufen können an einen tischler der einfach nur ganz kleine feine schnitte damit machen wollte für bestimmte arbeiten und da habe ich einiges an geld verdient und das habe ich in die hand genommen und habe bei ebay kleinanzeigen jetzt gesucht was passt in meinen rahmen und die war zuerst für 600 euro ausgeschrieben ja dann habe ich ein bisschen gewartet bis der preis ein bisschen gesunken ist noch weil dafür haben sich nicht viele interessiert weil die alle dachten das ist schrott und dann habe ich also die person kontaktiert und habe gesagt ich würde gerne nur 300 euro dafür ausgeben wäre das ok für sie und die person ist sofort darauf eingegangen und ich habe gesagt okay ich komme direkt jetzt am wochenende vorbei mit der person wir laden das ein wir haben das einfach nur also auf diese seite hier im transporter so hinten reingekippt dann mit zwei oder drei leuten hinten hoch gehoben das geht recht einfach ja weil die maschine bewegt sich über diesen punkt recht gut und dann kann man sich schön den transporter rein schieben also das war mir wichtig ja dass das alles irgendwie noch kompatibel ist und dann haben wir genau sie genauso wieder nur mit zwei leuten aus dem transporter ganz vorsichtig heraus rutschen lassen über diese kante hier und das kann man ja wieder neu einstellen wenn sich das verschiebt der tisch hat sich bisschen leicht verschoben das kann mit einer schraube das sind dicke schrauben unten drin wieder festziehen den kann man ja kippen bis 45 grad kann man diesen tisch hoch schwenken ja obwohl das eine alte maschine ist 43 jahre alt geht das hier das ist grandios alles noch verarbeitet richtig gut die lager sind gut die räder laufen genau das kann man ja alles überprüfen auch wenn man jetzt eine maschine angeboten bekommt man kann die fluchten überprüfen dass die genau in der flucht sind diese räder hier das zudem wenn man noch ein band hat und meistens ist ja noch ein altes band drauf dann sieht man das schon mal und man kann die lager überprüfen ob die irgendwie schlagen man kann die führung überprüfen ob sich hier irgendwas eingelaufen hat diese teller kann man auch erneuern das sind ja verschleißteile und man muss darauf achten dass man das ganze fetten kann hier ist so ein fetten nippel und dass ich es auch verstellen kann und ich habe dann auch festgestellt als die maschine genau untersucht hat dass diese ganzen räder hier diese plastikräder noch alle scharfkantig waren von der produktion das heißt diese maschine war kaum in gebrauch weil jemand der das öfter anfasst hätte dies bereits schon vorher glatt geschliffen so wie ich das dann auch getan habe so ich habe hier vorgeschoben und hier muss man zwei millimeter abstand lassen und dann zieht man das schön fest bei diesen bandsägen hier in dieser größe hat man hier immer auf das prinzip das einfach nur führungsbacken sind ja bei so einer schöneren bandsäge von panhans oder boiler hat man so zwei schrauben an der seite wo man schön das noch mal einstellen kann aber das sind einfach nur führungsbacken also primitiv ohne ende und das funktioniert lediglich hinten diese gegen druck rolle die ist sozusagen gelagert aber auch die läuft nur in einer kupferhülse wo entsprechend immer maschinen fett reinkommt und das funktioniert man muss darauf achten dass ich es nicht einschneiden dass sie immer schön frei laufen kann und wirklich nur druck bekommt wenn man vorne auch mal massiv drauf drückt also massiv heißt für mich 10er bohle die man hier durch schiebt und auftrennt genau das funktioniert das wollte ich das wusste ich dass es funktioniert ja ich wusste dass von meiner kleinen bandsäge über drei rollen gelagert ist die ich kann da eine 10er bohle durch schieben ich habe sogar 16er stücken die ich verleimt habe durchgeschoben das ging gerade noch hier kann ich aber bis 24 hoch ich blende noch mal kurz ein ein video wo ich ja hier den adler ausgesägt habe an dieser maschine ging ein bisschen schwierig aber es geht ja also das war die grenze und ich bin überall rum gekommen ja man muss lediglich dann immer frei schneiden dass man an dem arm vorbeikommt und das immer so drehen dass man überall rankommt aber es funktioniert ja von daher warum muss ich jetzt hier eine gigantische große oder noch eine teurere bandsäge kaufen also ich habe die aussage von anderen schnitzern gehört also unter 3000 euro brauchst du überhaupt nicht anfangen ist ist das wirklich so ja das möchte ich mal grundlegend mal hinterfragen ja wie gesagt ich habe 300 euro ausgegeben habe meine alte bandsäge verkauft habe das geld genommen war sogar noch was übrig und davon konnte ich noch den elektriker bezahlen dass er das ganze ding mal durch checkt denn das ist ja alte ost technik hier und das war mit dem stromkreislauf hier nicht kompatibel da ist immer eine fi rausgeflogen der hat das durchgecheckt an einem nachmittag mal kurz hinten ein paar sicherungen ausgetauscht und irgendwie keine ahnung auf jeden fall lief ist dann wieder weil diese maschine hat eine mechanische bremse werde ich dann mal kurz an machen dazu muss man immer die klappen zu machen das ist übrigens auch sehr wichtig dass die klappen ordentlich aus entsprechend auch gust oder stahl sind mindestens dass das ganze auch schon geschützt ist ja so ein altes ding wo einfach nur so ein holzding irgendwie drüber wabelt ist nicht so mein ding also das ist richtig schön hier das hat mir auch gefallen das war auch ein grund das dann zu kaufen man muss ja erst mal grundlegend spannung drauf geben und dann macht man halt ja wenn ich jetzt auf ausdruck habe ich eine leichte verzögerung bis die mechanische bremse sich reinhaut ist eine mechanische bremse drin und das hat der elektriker auch noch mal durchgecheckt die war ein bisschen irgendwie fest da haben wir erst ein bisschen rumgetürfelt aber das ging dann alles auch also man muss in kauf nehmen dass man hier und da ein bisschen basteln muss ja ich musste die anstiege auch noch mal überall kontrollieren kontrollieren wie gesagt diese plastikkanten entgraten weil offensichtlich der vorbesitzer nie so wirklich richtig damit gearbeitet hat also wenn man da auf der suche ist ja man kann da wirkliche schätze finden wo man einfach nur noch mal die lager durchfetten muss alles noch mal schmieren genau einstellen und sägt und sägt und sägt ich nutze es ja nun auch wirklich gerne und habe auch im fast jedem video kommt der die bandsäge mit vor also die funktioniert ja es geht 3000 euro würde ich dafür nicht ausgeben wollen ja ich freue mich dass ich nur 300 ausgegeben habe und dass die maschine funktioniert ja vorteil dieser maschine wäre natürlich auch noch im vergleich zu einer viel größeren maschine dazu kann ich auch noch mal ein video mache ich habe auch eine größere bandsäge in meinem anderen atelier wo auch viel mehr platz ist und so und was nun schritt für schritt in bezogen wird und so besitz genommen wird da habe ich noch die große maschine ich habe mich aber hier für die kleine entschieden dass ich noch ein transportieren können und dass ich damit auch meine eher kleinformatigen teile hier sind zu sehen kann dafür reicht es mal die laufen nicht so schnell ja und auch die bänder sind mir nicht so grob wie bei der großen maschine und wenn ich jetzt eine wirklich kleine arbeit hat wo ich ja immer in die nähe der schnittlinie kommt hier hier auch markiert ist durch diesen getrennten tisch durch das blatt raus nehmen kann ich komme oftmals in die nähe dieser schnittlinie weil ich das festhalten muss auf dem tisch und ich kann nicht immer nur außen anpacken das geht halt nicht immer sondern bei klein sagen muss ich halt auch mal dahin greifen wenn das band jetzt hier zu grob ist oder zu schnell läuft bei einer großen maschine zimmerei bandsägen die sollen ja auch viele meter pro minute schaffen dass man damit wirklich arbeiten kann effizient den ganzen tag und dann laufen die eventuell zu schnell ja für so eine kleine schnittsarbeit die ich da aussägen möchte die könnte mir das also aus der hand reißen so eine große maschine wenn ich da so eine wirkliche zahnteilung mit einem richtigen schrank drauf habe dann kann es mir das schnell aus der hand reißen und da rein drehen sogar ins blatt ja alles schon gesehen also von daher sind diese kleinen maschinen die nicht so schnell laufen die läuft nicht so schnell wie so eine große ja entsprechend langsamer kleinere zahnteilung sechs millimeter zahnteilung reicht hier und dann ein premium blatt drauf machen und wie man schon auch gesehen hat das blatt muss eben richtig eingestellt dann ist die frage das muss ich mir gut angucken beim kauf auch einer gebrauchten maschine deshalb empfiehlt es sich da so alte premium hersteller zu nehmen wo eventuell der bandbelag oben schon ja geballt ist der ballig ist ja weil dann der schrank nicht aus dem blatt raus gedrückt wird bei dieser bandsäge ist das nicht der fall das ist einfach nur gerade der belag des bandes also hier die schmalfläche der rolle entsprechend ist einfach nur gerade ganz flach und das heißt wenn ich das genau mit ich spannen wo der ideale punkt ist ja dass es richtig läuft dann drücke ich den schrank aus dem blatt und dadurch dass ich die zähne da rein drücken können auch wieder neue schwingungen entstehen ja weil es ja nicht genau auf liegt sondern immer wieder hoch und runter als der können vibrationen entstehen das muss also genau glatt aufliegen deshalb sind oftmals auch die bänder oben oder die rollen entsprechend ballig aufgeballt ja und ich spann es also so ein so weit es möglich ist bei der maschine habe ich ja hinten meine stellschraube die mit einer fetten kontermutter hier entsprechend gekontert wird dass sie sich nicht verschieben kann genau stellt es genauso ein dass der zahngrund eben dass da die rolle beginnt wenn ich jetzt hier durch schaue das ist genau beim zahngrund also wo die zähne aufhören dass dann das auch auf liegt auf der rolle und sozusagen der zahn immer frei läuft ja das ist schwer einzustellen aber das muss man gucken ob das geht bei der maschine das kann man ja beim gebraucht kauf würde ich auf jeden fall versuchen zu checken ob das geht und dann danach entscheidend lässt sich die maschine gut einstellen sind die lage genau ist der motor stark genug sind die rollen auch groß genug also 350er rollen werden mir zu klein mindestens 400er werden schon gut oder 50er 45er rollen geht auch also da würde ich zugreifen wenn es denn 500 euro sind oder 300 euro natürlich auf jeden fall zugreifen und dann halt noch ein bisschen dran rum bauen ich meine das ist völlig in ordnung ja dass man da noch mal was nacharbeiten muss auch bei einer premium maschine muss natürlich irgendwann mal einstellen und wechsel da mal ein band und so auch da muss ich einstellen wenn die maschine natürlich freude macht weil sie sich wundervoll einstellen lässt und einfach super arbeitet dann ist natürlich schön wenn man so eine neue maschine kaufen kann also wer das geld hat und da muss man noch mal genau überlegen was habe ich wirklich vorher wie sieht mein geldbeutel aus und brauche ich vielleicht auch eine betreuung durch so eine fachpersonen irgendwie ein vertriebler oder der ein mann aus dem haus also felder hat so leute die flexibel sind wenn man da irgendwo in der nähe wohnt einer filiale kann es natürlich auch sinn macht sich eine neue maschine zu kaufen weil man dann betreut wird vielleicht entsprechende ersatzteile immer wieder bekommt oder irgend was was da zu tun ist noch mal gut klären kann über die firma die sowas vertreibt ja also felder hat dann scheinbar ein gutes system man kann aber auch zu hammer gehen das ist der günstigere hersteller der hat zum beispiel 45er bandsägen glaube ich im angebot und dann kann man auch noch mal vergleichen mit der größten säge von hammer also diese ich sage mal semi professionellen hersteller für die semi professionelle anwendung wenn man jetzt vergleicht mit felder für vielleicht eher professionelle anwendungen schon oder geht langsam in die richtung die kleinste bandsäge von felder werden die 50er wenn man das miteinander vergleicht merkt man die preisdifferenz ist auf einmal gar nicht mehr so groß und dann kann man sich auch für eine 50er entscheiden gut wenn man das nötige geld hat für so eine neue maschine ich plädiere ja dafür die gebrauchten zu kaufen weil sie es einfach tun wir leben ja in einer zeit wo wir verbraucher genannt werden vielleicht von der politik oder von offizieller seite her von irgendwelchen unternehmen aber ich meine kann man denn eine bandsäge verbrauchen das ist irgendwo auch so ein bisschen vielleicht unsere denke ja immer schön neu immer irgendwas neues ja und dann verschleißt da irgendwas sind echt teile die man immer austauschen kann wenn man vielleicht was ganz neues nehmen ist es extra so verbaut dass man nicht mehr austauschen kann aber hier kann man ja noch alles austauschen ja auch bei einer panhans bei einer hema bandsäge bei einer beuerle bandsäge also zugreifen wenn man irgendwo rankommt ab 40 cm der rollendurchmesser wenn der preis stimmt würde ich bis 1500 euro mitgehen also wenn sie entsprechend dann größer ist für eine 60er bandsäge wäre ich durchaus bereit auch 1500 euro gebraucht auszugeben wenn die gut aussieht und in schuss ist aber ich würde jetzt nicht zweieinhalb tausend euro eher nicht ausgeben ja es muss dann schon passen so im verhältnis dass da alles dann auch wirklich deluxe ist und wenn man da vielleicht freundschaftlichen angebot bekommt ja zugreifen wenn man die möglichkeit hat es zu transportieren aufstellen möglichkeiten stark strom und anwendung alles passt dann würde ich eine gebrauchte maschine kaufen ich habe mich für die 40er entschieden weil es erstmal hier völlig reicht und der preis und der ort gestimmt hat wo ich das abholen konnte ab was ja also nicht weit weg war und alles und ich sofort die maschine auch schnell tauschen konnte meine alte kleine verkauft habe die etwas größere geholt haben die hat mehr kraft 1,1 kw hat sie das reicht ja ich kann also eine zehn zentimeter bohle auftrennen das sollte sie auch schaffen und können und das wäre auch die empfehlung ja das schafft für schnitzen ist das schon mal ein guter richtwert viel dickere bohlen hat man eigentlich selten ja vielleicht hat man mal irgendwie ein dickeres stück ja klar ist es dann gut wenn man dicker kann aber auch diese hier diese stücken habe ich hier entsprechend aufgesägt und man sieht ja bereits dass das mehr wie zehn zentimeter sind allerdings habe ich mich hier einmal versägt weil ich dann noch die originalen bänder verwendet habe was ich nicht empfehlen kann die stärke der bänder ist auch noch relevant die muss zu dem rollendurchmesser passen wenn man sagt ein tausendstel des rollendurchmessers sollte die stärke des bandes betragen wenn wir also 40 durch 1000 rechnen kommen wir auf 0,4 also 0,4 millimeter vierzehntel millimeter muss das band dick sein dann hat es die richtige biegefunktion in sich die richtige stärke das soll sich ja über das band hier oben drüber biegen und dafür muss es einfach die richtige stärke haben genau 0,4 millimeter wäre gut im handel gibt es aber erst meistens blätter ab 0,45 millimeter das geht aber auch weil die nicht so schnell drehen ja dann steht nicht so ganz zu viel reibung nicht ganz so viel energie und die bandlänge ist jetzt auch nicht ganz kurz die ist schon über zwei meter also keine kleinbandsäge mehr die ganze energie kann sich auch recht gut auf dem band verteilen was nicht allzu schnell läuft das heißt in dem stahl der auch viel flexibler ist heutzutage ist es nicht mehr so relevant ob das jetzt 0,4 oder 0,45 millimeter sind aber 0,65 millimeter würde ich definitiv vermeiden ja also das könnte brechen und wenn ein band bricht dann kann es natürlich runter springen platzen irgendwo an einer anderen stelle noch und mir teile entgegen springen da muss man natürlich ein bisschen aufpassen aber das ist auch mehr panik dann am ende wann es splittert denn wirklich mal ein band ja wenn ich hier einen runden baumstamm mit aller gewalt durch schiebe ja dann könnte das band zersplittern weil das werkstück nicht ideal aufliegt sich irgendwie ein drehen könnte so das macht man ja auch nicht ja das machen vielleicht irgendwelche bauern die hinten an ihrem traktor eine wahnsäge dran haben und feuerholz sägen die machen vielleicht solche aktion aber ich eher nicht ja also von daher mir zersplittert hier kein band ja es läuft viel zu langsam ist viel zu klein und so große dicke massive dinger sehe ich nicht und meistens auch weichholz was sowieso einfacher durch geht die reiche merkt man schon manchmal dass es jetzt hier etwas langsamer sägt und mehr energie da drin steckt aber bei linde was hier 80 prozent die anwendung ist ist alles okay hier habe ich so ein flexback band man sollte immer die premium bänder verwenden also die vorne wenigstens zahnspitz gehärtet sind bei diesen kleineren bandsägen die langsamer laufen und das ist ja für uns meistens relevant im hobby bereich sowieso flexback bänder und die würde ich so lange benutzen bisher einfach nicht mehr scharf sind und dann ein neues band kaufen ja das lohnt sich kaum diese nachschärfen zu lassen außer man findet jemand der das günstiger macht als wie ein neues band kostet und die müssen ja dann auch geschränkt werden wie gesagt für den schrank muss das blatt an der richtigen stelle der rolle sitzen wenn sie nicht ballig ist wenn sie ballig ist genau mittig und die empfehlung ist auch ballige rollen zu verwenden also wenn das irgendwie möglich ist man kann auch eine alte bandsäge die schon fast schrotreif ist die irgendwo mal draußen stand solange die lager und die räder noch genau laufen aber die bläge weg sind man kann das mit kork einfach drauf machen dann kauft man sich einfach lange korkbänder für einige euro ist überhaupt nicht teuer man braucht auch ja nicht so breite weil die schmalfläche ja meistens nur drei zentimeter sind meistens nicht viel breiter und so klebt es da drauf und dann kann man das auch genau abschneiden und schleift das entsprechend ballig und nach motor geht es ja sowieso weil das sich das rad dreht oben kann man unten ja auch oft noch ran und schleift das mit einem schleifklotz und schleift hier schön ballig diesen kork und dann hat man auch ein geballtes band ja worauf man dann die bänder genau mittig laufen lassen kann ohne den schrank in irgendeiner form zu beeinträchtigen und kann dadurch auch so auch wirklich sehr gerade sehen weil dass der schrank wirklich frei läuft des platzes ist insofern wichtig dass es nicht verläuft ja also wer mit mit einem flachen mit einer flachen rolle her mit einem flachen belag das band mittig spannt muss ich also nicht wundern dass es immer nach links zieht weil er hier links der schrank eingedrückt wird und dann verläuft der schnitt wenn sich das band allerdings nicht anders spannen lässt bei der kleinen bandsäge weil die einstellmöglichkeiten zu grob sind geht das auch für die schnittsarbeit ist das nicht so relevant ja ich will ja keine bohle hochkant aufsägen also wann will ich sowas machen ich will auch kein furnier sägen ja es ist jetzt für mich nicht der anwendungsfall dann kann man das auch wieder kompensieren durch einfach die führung um immer ein bisschen gegen steuern muss dann in die andere richtung aber das geht alles zu machen natürlich leidet dann das band etwas mehr und könnte auch früher reißen kaputt gehen oder stumpf werden muss man natürlich nicht rechnen dass der schnitt auch nicht so schön er sich rein zieht nicht so schön durchgehen also der schrank sollte idealerweise frei laufen dass man auch schön gerade sehen kann und keine spanplatten oder sowas sägen außen man hat halt wirklich diese premium bände da kann man auch ein paar platten sägen aber ich vermeide es wenn es geht weil da halt ja zu viel leim und zeug drin ist dass die einfach zu schnell stumpf werden die bandsägeblätter ich will das schön scharf bleibt für linde und so und das lässt sich einfach schöner sehen wenn das band möglichst haar scharf oder so gut es geht scharf ist ja ich habe das hier neun monate drauf gehabt ich bin ein bisschen enttäuscht dass es jetzt wirklich durch ist es nicht gerissen aber es ist völlig stumpf und geht halt nicht mehr man muss zu viel drücken obwohl es sich sehr rasierscharf anfühlt der schrank ist halt irgendwie nicht mehr da weil es teilweise auch der mitte gespannt hatte und das natürlich nicht so gut also da natürlich beachten immer schön vorne laufen lassen dass der zahngrund sichtbar ist und die zähne frei laufen genau diese flex backbänder sind natürlich herrlich ja sie laufen super auch für hartholz geht da durch wie butter und für die hobby anwendung kann man so ein blatt ohne weiteres auch mal zwei jahre verwenden wenn man nicht zu viel sägt ja okay ich denke da waren gute punkte dabei ich wünsche dir gute erfahrungen und vielleicht findest du ein schnäppchen auf ebay klein anzeigen oder irgendwo privat bei einem verein schnitz frei irgendwo vielleicht ein gutes angebot oder bei einem hobby schnitzer der jetzt nichts mehr macht dann zuschlagen diese alten dinger sind eigentlich unverwüstlich ich benutze es ich denke ich werde ja auch noch weiter benutzen und ich mache noch mal ein video zu meiner großen bandsäge da muss natürlich dann auf sicherheitsvorkehrungen achten aber das ist einfach für die zukunft noch ein projekt wo ich gerne so eine große maschine hätte und die mich dann auch überleben soll ja also ich will ich nicht noch mal tauschen und soll einfach für grob zuschnitte sein und dass man auch mal was großes aussägen kann in der großen werkstatt eine große bandsäge dazu mache ich noch ein weiteres video ich hoffe es hat dir gefallen ich wünsche dir dass du ein gutes angebot findest und wenn nicht kannst natürlich auch eine neue kaufen aber 40er rollen sollten es schon sein dass man auch hier auch wirklich mal den abstand hat und da was schwenken zu können und was durchsägen zu können gut das war es von meiner seite herzlichen dank fürs zuschauen wenn es dir gefallen hat gib mir gerne daumen nach oben schreibt deine meinung in die kommentare und verfolge mich weiter lasse gerne hier ein abo da und abonniere gerne diesen kanal dass du keine videos mehr verpasst ja meine persönliche situation ist dass ich mich jetzt gerade mit meiner guten fotokamera filme die ja auch filmen kann aber die ich niemals in der werkstatt gebraucher eigentlich dass sie nicht verdreckt und ich habe dafür so alte geräte die ich gebraucht kaufe und es mir jetzt meine hauptkamera sozusagen kaputt gegangen die technisch von der software irgendwie nicht mehr geht oder elektronisch da ist irgendwas kaputt gegangen funktioniert nicht mehr geht nicht mehr an ist auch komplett verdreckt durch den ganzen staub so beim sägen oder schleifen und auch mit entsprechenden marmor sachen da hat sie offensichtlich gelitten also ich muss eine neue kaufen wieder gebraucht da stehen so 4 500 euro an wenn du mich gerne unterstützen willst ich schreibe hier mal meinen paypal link rein und verlinke das auch noch mal unter dem video ich freue mich über jede unterstützung alles ab fünf euro und aufwärts hilft wirklich weiter herzlichen dank für alle die das schon gemacht haben und wenn du von diesem kanal profitiert und hier auch was gelernt hast und es dir geholfen hat freue ich mich auch wenn du es wieder in irgendeiner form zurück gibst diesem sinne mach's gut bis zum wiedersehen und ciao